Wir gehen ja zusammen auf eine Reise und es ist eine Reise ohne Distanz. Also wenn der Heilige Geist eingeladen ist, wenn Jesus eingeladen ist, dann ist es immer eine Veränderung der Zeitlinie. Da können wir uns mit Händen und Füßen dagegen sträuben. Es ist einfach eine Verabredung und da passiert immer was. Also wir werden nicht so hier rausgehen, wie wir hier reingekommen sind. Das ist jetzt schon sicher. Oder sagen wir mal so, was bedeutet das? Das heißt, jeder, der bewusst oder unbewusst hier mit dabei ist, befindet sich in der Zeitlinie weiter vorwärts, als er ohne die Begegnung oder ohne die Verbindung gewesen wäre. Also es ist die himmlische Beschleunigung, da sind wir mittendrin. Und das ist, was das Wunder macht. Und Wunder ist da, weil man es teilt. Das funktioniert, weil es geteilt wird, weil es gegeben und empfangen wird. Und heute wollte ich über, aus gegebenen Anlass über Corona, die Zwangsimpfung oder eventuelle Zwangsimpfung und Bill Gates sprechen, einfach weil es in den News ist, das sind die Nachrichten. Die Bundesregierung arbeitet mit Bill Gates zusammen, oder mit Bill und Belinda Gates, um einen Impfstoff zu entwickeln und weltweit Impfungen durchzuführen gegen Corona. Wo die Frage ja überhaupt ist, was ist denn jetzt da dran so wild? Und natürlich kann man sagen, okay, hier haben wir, da und da haben wir Zahlen. Und die Zahlen, die wir haben, sagen, es ist krass. Wenn man die Zahlen auf andere Art und Weise beleuchtet, denkt man, gut, eigentlich passiert gar nichts. Eigentlich sind die saisonalen Sterberaten noch unter dem Durchschnitt. Also was soll das Ganze? Und so weiter und so weiter. Und das Ganze macht natürlich einen Fass auf, wo man sich, wenn man den Gedanken glaubt, sich ganz schnell in der Hölle wiederfindet, weil man nicht weiß, wie man glauben soll und wo eigentlich die wirkliche Stabilität und Orientierung ist. Und immer wenn es um existenzielle Fragen geht, ist es gut, zum Anfang zurückzukehren. Und der Anfang ist die Einladung vom Übungsbuch. Okay. Die Übertragung der Schulung in der wahren Wahrnehmung geht nicht in der gleichen Weise vor sich wie die Übertragung der Schulung der Welt. Ist die wahre Wahrnehmung in Verbindung mit irgendeinem Menschen irgendeiner Situation oder Begebenheit erlangt, dann ist ihre totale Übertragung auf jeden und alles gewiss. Andererseits bewirkt eine einzige Ausnahme, die der wahren Wahrnehmung vorenthalten wird, dass diese auch überall sonst unmöglich wird. Okay. Die einzigen allgemeinen Regeln, die durchweg zu beachten sind für dieses Übungsbuch, sind folgende. Erstens, dass die Übungen wie jeweils angegeben sehr konkret angewendet werden. Das wird dir helfen, die jeweiligen Gedanken verallgemeinend auf jede Situation anzuwenden, in der du dich befindest, und auch auf alle und alles darin. Zweitens, vergewissere dich, das ist so geil, wie das relevant ist, wie das auf einmal wirklich relevant wird. Zweitens, vergewissere dich, dass du nicht von dir aus entscheidest, dass es einige Menschen Situationen oder Dinge gibt, auf welche die Leitgedanken nicht anwendbar sind. Dadurch wird die Übertragung deiner Schulung behindert. Es liegt gerade im Wesen der wahren Wahrnehmung, dass sie keine Grenzen hat. Sie ist das Gegenteil der Art und Weise, wie du jetzt siehst. Okay, mehr brauchen wir nicht. Das heißt, die Frage, was soll ich tun, was soll ich lassen, bei Corona und bei Zwangsimpfung, ist, schlag das Übungsbuch auf. Ja, aber jetzt geht es aber jetzt mal ernsthaft. Jetzt geht es doch um was. Jetzt können wir doch nicht einfach irgendeine Kurslektion hier anwenden. Jetzt kommen Zwangsimpfungen auf uns zu, wahrscheinlich, wer weiß. Jetzt kommen irgendwelche Sachen, die mir aufgedrückt werden. Jetzt kommen Sachen, wo ungewiss ist, was da überhaupt für eine Motivation dahinter steckt. schlag das Übungsbuch auf. Ich muss informiert sein, ich muss herausfinden, wer Recht hat, welche Meinung ich vertrete, welchen Standpunkt ich vertrete, wo ich mich positioniere, wer ich bin da drinne, was im Impfstoff drinne ist, was er für Wirkung hat. Ist denen zu vertrauen, die das machen? Natürlich ist denen zu vertrauen, auf keinen Fall ist denen zu vertrauen und so weiter und so weiter. Also, wir werden eigentlich, uns wird eigentlich vor Augen geführt, dass es in der Welt einfach keine Stabilität gibt. Aber wenn es eine echte Lösung gibt und die kommt von Papa und Papa sagt, das funktioniert, das, was ich dir hier gebe, was ich dir in die Hand gebe, das funktioniert, die zwei allgemeinen Regeln sind, sieh zu, dass du die Übungen konkret anwendest auf konkrete Situationen und sieh zu, dass du keine Ausnahmen machst. Also Corona, Zwangsimpfungen, alles, was man Bill Gates nachsagen kann oder wofür man ihn gut finden kann, sind Situationen, die man nicht vor diesem Geistestraining ausschließen sollte. Und was das Zögern da drinne vielleicht wäre, ist so eine Idee von, naja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie mein Geistestraining irgendwie bei der Situation von Zwangsimpfungen Hilfe soll. Aber wenn wir uns das anschauen, was ist denn Zwangsimpfung, mal abgesehen, dass die Welt nicht existiert und ich kein Körper bin, was ist denn eine Zwangsimpfung? Wofür steht denn Zwangsimpfung? Und da wird es ja erst interessant. Zwangsimpfung heißt, ich begebe mich, also das sind ja verschiedenste Assoziationen, ich gucke jetzt einfach nur in meinen eigenen Geist. mir wird etwas aufdoktriniert, wozu ich gar keine Lust habe, was ich sogar zweifelhaft finde. Also was wird bedroht? Ein Bild von mir, das ich habe. Meine vermeintliche Freiheit frei entscheiden zu können, was ich als Körper tue. Aber wie wir gesehen haben, ist auf der Ebene sowieso keine Freiheit zu finden. Also ich kann zwar wählen, okay, wohne ich in Detmold oder am Bodensee, aber das ist immer noch eine Entscheidung zwischen Begrenzung in dem Sinne, weil ich kann nur entweder hier oder da wohnen. Ich kann nicht an beiden Orten gleichzeitig wohnen. Also es ist nicht Freiheit, es ist nicht wirkliche Freiheit. Wirkliche Freiheit ist, dass ich sowohl hier als auch da Freiheit im Geist finden kann. Und zwar in jeder Situation. Und das ist das Angebot. Also wenn meine Sorge ist, mir wird Freiheit entzogen, wird mir nur vor Augen geführt, dass ich die Freiheit auf Ebene des Körpers gesucht habe. Und dass ich da nicht wirklich erfolgreich, nie wirklich erfolgreich geworden bin oder jemals erfolgreich werden kann. Und Jesus sagt auch im Kurs, also du kannst eigentlich, du kannst Freiheit im Körper gar nicht finden. Es ist de facto unmöglich, weil wir es nicht sind. Und weil der Körper das Symbol schlechthin für Begrenzung ist. Also geht es darum, dass ich konfrontiert werde mit meinen Überzeugungen, was ich denke, was Freiheit wäre, dass mir gezeigt wird, okay, da habe ich mich geirrt. Das ist nicht Freiheit. Auch wenn ich es sozusagen bis in die Idee von Grundrechten verteidige mit Händen und Füßen. Guck mal, hier steht doch im Grundgesetz drin. Kein Gedanke der Welt macht für Gott überhaupt einen Sinn. Auch im Grundgesetz nicht. Also wird alles in Frage gestellt. Alles in Frage gestellt, was ich dachte, was meine Welt oder was meine Identität ausmacht, was meine, sozusagen meine Souveränität ausmacht. Und das sind alles meine Überzeugungen, auch wenn es mit vielen geteilt wurde. Auch wenn ein Grundgesetz mit 84 Millionen Menschen geteilt wird. Es ist dennoch eine weltliche Idee, die offensichtlich keine Sicherheit bietet, weil es ausgehebelt werden kann. Weil es vergehen kann. Also war das nicht die Sicherheit. Und das heißt ja nicht, dass ich, das heißt ja nicht, dass ich oder irgendwer ohne Bezug und ohne wirkliche, ohne wirkliche Sicherheit, ohne wirkliche Freiheit jetzt hier umherläuft. Sondern das heißt, such da, such da, wo du wirklich finden kannst. Ja, nimm das in Anspruch. Und als Schüler von einem Kurs in Wundern oder als Verfolger von irgendeinem spirituellen Weg kommen wir dann ganz schnell an die Grenze, wo wir merken, wir können wirklich keinen Kompromiss machen. Das ist eine kompromisslose Botschaft, weil es keine Mischlösung geben wird. Also da wird es keine Lösung geben. Okay, ein bisschen Freiheit für den Körper und ein bisschen Freiheit für den Geist und damit kann ich mich zufrieden geben. Sondern es muss darauf hinauslaufen, dass wir erkennen, der Sohn Gottes ist frei. Ich bin frei. Und das waren vielen Situationen, das waren schon krassere Situationen, die wir hatten in der Menschheit. Corona ist ja ein Witz. Zwangsimpfung ist ja ein Witz. Da haben wir ganz andere Sachen durchlaufen. Und in jeder Situation, in allen solchen historischen Beispielen gab es Momente, in denen Leute wirklich ihre Freiheit gefunden haben, Brüder ihre Freiheit gefunden haben, die Freiheit des Geistes. Wo es tatsächlich faktisch erlebt wurde, Wunder sind natürlich, ungeachtet der Situation, ungeachtet dessen, was auf dem Bildschirm abläuft. Und darin ändern sich die Formen nicht. Wie der Film läuft. Aber meine Wahrnehmung davon ist eine komplett andere. Es ist hilfreich. Es ist bedeutungsvoll. Mein Hiersein ist bedeutungsvoll. Meine Begegnung ist bedeutungsvoll. Meine Ausrichtung ist bedeutungsvoll. Das, was ich darin sehe, dehnt sich aus. Das, was in den Geist anderer kommt, ist Heilung. Ich kann nicht alleine geheilt werden. Und ich kann mir selbst in einer Extremsituation, einfach weil vielleicht eine da ist, aufzeigen lassen, stimmt's. Wahrheit ist wahr. Nichts anderes ist wahr. Meine Ausrichtung auf Gott scheitert nie. Gott scheitert nie. Und gut, jetzt haben wir halt diese Situation. Und wie wir auch gerade reflektiert haben, es ist für viele, die mit irgendeiner Art von Geistestraining oder mit Ausrichtung auf den Heiligen Geist oder auf die innere Führung unterwegs sind, ist diese Zeit, man kann es vielleicht nicht verallgemeinern, aber für viele ist es eine Zeit von, ich genieße das total. Ich entdecke da Geschenke drinne. In den Veränderungen, die kommen, in den neuen Räumen, die sich öffnen. Für einige verändert sich gar nichts. Aber es zeigt einfach auf, dass die Erfahrungen, die wir oder die ich und jeder Einzelne machen kann, nicht in das Opfer, nicht in das Opferdasein zu gehen oder in die Angst zu gehen oder in Schuldgedanken oder in Sorge zu gehen, dass das tatsächlich Früchte trägt, in der Ausrichtung zu bleiben. und dass die eigene Erfahrung wirklich eine Erfahrung von wow, was für ein unglaublicher Frühling. Was für eine interessante Entwicklung. Und viele, du hast es auch gerade geteilt, Steffi, also für viele war es sogar bei dir auch Gessler, dass genau die richtigen Dinge vorher passiert sind, als wenn wir es schon gewusst hätten, als wenn alles schon sozusagen darauf vorbereitet wurde. und wir einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und merken, irgendwas funktioniert. Ich kann mir nicht erklären, wie, natürlich durch meine Ausrichtung, das Loslassen meiner Ideen und Urteile meines Grolls, aber wie die Mechanik dann dahinter ist, keine Ahnung, aber irgendwas funktioniert richtig gut. Und ich möchte gerne was mit euch teilen. Das ist aus Kapitel 14 Absatz 4 14.4 Die Funktion in der Sühne Ich lese mal erst mal das vor, was ich eigentlich wollte und dann gehe ich noch einen Schritt zurück. Und da heißt es in 6, wenn du gelernt hast, wie man mit Gott entscheidet, werden alle Entscheidungen so leicht und richtig wie das Atmen. Soll ich mich impfen lassen oder nicht? Wenn du gelernt hast, wie man mit Gott entscheidet, werden alle Entscheidungen so leicht und richtig wie das Atmen. Es bedarf keiner Mühe und du wirst so sanft geleitet, als würdest du im Sommer einen ruhigen Weg entlang getragen. Ist Bill Gates einer von den Guten oder von den Bösen? Soll ich mein Kind impfen lassen oder soll ich es nicht impfen lassen? Soll ich in Widerstand gehen? Soll ich mich in die Straßenschlachten stellen, die schon in meinem Geist ablaufen und da draußen noch überhaupt nichts passiert? Wenn du gelernt hast, weißt du das? Bürgerkrieg, genau. Und das ist ja das, was im Hintergrund abläuft. Wenn da sowas angepiekt wird, wir haben uns neulich unterhalten mit einer Freundin, wenn so eine Idee angepiekt wird, mir wird meine Freiheit genommen, kommt sofort der Krieg an die Oberfläche. Es wird sofort alle Register gezogen bis zum bitteren Ende zur Verteidigung meiner kleinen Identität. Also wenn du gelernt hast, wie man mit Gott entscheidet, werden alle Entscheidungen so leicht und richtig wie das Atmen. Es bedarf keiner Mühe und du wirst so sanft geleitet, als würdest du im Sommer einen ruhigen Weg entlang getragen. Okay, was ist also das Problem? Nur dein eigenes Wollen scheint das Entscheiden so schwer zu machen. Der Heilige Geist wird nicht zögern, dir jede deiner Fragen zu dem, was du tun sollst, zu beantworten. Okay, also wenn jetzt gerade die Frage da ist, was soll ich in Bezug auf Zwangsimpfung tun? Heiliger Geist? Bei mir ist es nichts. Ja, es gibt ja auch noch keine. Also, es ist noch nichts da. Also es ist offensichtlich erst mal ganz klar, dass es noch eine Einbildung ist. Dass es eine Befürchtung ist und das beruht auf Zweifel an mir jetzt oder ich, dass ich ihn jetzt nicht gefragt habe. Und wenn ich höre, die Frage ist, okay, das ist eigentlich nichts. Und sagen wir, okay, wir spulen das ja ganz normal ein Jahr vor oder zwei Jahre und es gibt einen Impfstoff und es gibt den Beschluss, jeder muss geimpft werden. kann ich mir die Frage ausstellen. Heiliger Geist, was soll ich tun? Was soll ich in Bezug auf Zwangsimpfung tun? Und es könnte irgendwas sein. Vielleicht ist es kein Problem, lass dich impfen. Oder hier und da ist ein Weg, dass du es nicht machen brauchst. Vielleicht kann dir jemand einen Schein ausstellen. Vielleicht ruft jemand an und sagt, hey, hast du schon gehört, wenn du das und das machst? Brauchst du nicht impfen lassen. Oder ja, oder was auch immer. Oder ich habe schon Antikörper entwickelt durch meine Masernschutzimpfung. Keine Ahnung. Ein vollkommen gütiger Gott. Also es gibt ja nicht nur eine Lösung bei solchen Dingen. Und es ist wirklich nur die Sache, okay, wenn ich von meinem eigenen Wollen loslasse oder von meinem eigenen entscheiden Wollen loslasse, dann öffnet sich ja erst der Geist. und ich kann mir neue Optionen zeigen lassen. Und meistens ist es, im Moment steht nichts an. Und wenn irgendwas ansteht, ach so, Moment. Okay. Der Heilige Geist wird nicht zögern, dir jeder in der Frage zu dem, was du tun sollst, zu beantworten. Er weiß es. Und er wird es dir sagen und es dann für dich tun. Er wird dir sagen, was zu tun ist und es dann für dich tun. Okay, also wie viel bleibt für mich übrig? Entspannung. Und das ist ein gütiger Gott. Das ist Gnade. Du, der du müde bist, wirst sehen, dass das erholsamer als Schlaf ist. Du kannst deine Schuld in den Schlaf mitnehmen, aber nicht in dies hinein, nicht in die Führung durch Gott. Und da können wir uns, wir können uns auch alternativ die Köpfe heiß reden und werden erkennen, okay, da ist keine Lösung. Selbst wenn wir einer Meinung sein sollten, wird es keine Lösung sein. Auch wenn wir zum Schluss kommen, Bill Gates ist böse und die Bundesregierung sind eigentlich Reptiloiden und die werden von Aliens gesteuert und die wollen die Welterschaft übernehmen. Mein Problem wäre nicht gelöst. Oder wenn ich zum Schluss komme, die Bundesregierung ist gut und Bill Gates ist einer von den Guten, mein Problem wäre immer noch nicht gelöst, weil ich immer noch Angst vor dieser Impfung hätte. Oder daran glaube, dass es mir was bringen könnte. Und selbst mit den Augen dieser Welt betrachtet, kann ich ja wirklich davon auch wirklich was Gutes sehen. Ich meine, klar, auf dieser einen Ebene bin ich sicher. Was ist passiert? Das kann ich irgendwie aber selbst so mit den Augen der Welt betrachtet, kann ich das als gut ansehen, als Fürsorge. Also das mache ich bei mir im Moment so. Das ist, um mich so ganz aus der Welt zu verschwinden mit den Themen, die gerade da sind. Aber trotzdem bin ich irgendwie ausgesetzt. Und ich sehe das irgendwie als alles kann genutzt werden. Und das ist mir freundlich. Alles ist gut für mich. Alles ging zu meinem Besten. Das ist ja kein Funk. Weil mir will ja keiner was. Mir will wirklich nicht mein Klasse. Und was daran funktioniert, ist die Liebe dahinter. Jeder liebevolle Gedanke ist wahr. Und deswegen, da merkt man auch, dass auch weltweit, selbst ohne spirituelles Training, dass so ein Gehen mit der Güte oder dem Vertrauensvorschuss, dass da eine Tür ist. Und dass da eine Möglichkeit ist, die Dinge anders zu sehen. Und die ganze Last des Urteils und der Überlegung, der Komplexitäten, die dahinter stecken, an Überlegungen, dass das einfach wegfallen kann. Ach so, das ist eh gut. Das ist eh okay. Und dann zeigen sich diese ganzen Szenarien auch wirklich so als, okay, das ist für mich. Das Ganze ist für mich. Dass ich das nochmal so betrachten kann. Dass ich nochmal die Chance habe, so drauf zu schauen. Das Ganze ist für mich. Ja, und wenn wir, okay, es gibt ja die Momente, wo gerade in Situationen, wo es Veränderungen gibt. Also angefangen mit, es gibt ein Coronavirus, es zieht einen Rattenschwanz an Veränderungen nach sich. Wirtschaft, Job, soziales Leben und so weiter. Jetzt wahrscheinlich Zwangsimpfungen, die kommen wird. Da ist der Geist ja erstmal beschäftigt. Da denkt man erstmal nach. Und das ist natürlich cool, um überhaupt sozusagen zu gucken, wie man sein, wie will ich das denn überhaupt sehen? Wo bin ich denn da? Ich reihe mir die Bilder zusammen und dann habe ich irgendwann ein Bild und eine Identität von mir wieder. Aber wenn ich diesen Prozess der Ungewissheit einfach verkürzen möchte, weil ich merke, es ist mir eigentlich, ich weiß eigentlich gar nicht, worum es im Kern geht, was diese ganze Sache überhaupt soll. was ist überhaupt der Zweck davon? Was ist mein, das wird ja dann sofort existenziell. Wieso bin ich überhaupt hier? Was mache ich hier überhaupt? Und dann geht der Ruckzuck. Was soll das Ganze? Und okay, wieder der Verweis auf das Übungsbuch. Geh einfach mit der Lektion, die da ist und sie wird universell anwendbar sein auf alles, was sich in deinem Geist präsentiert. und zum anderen sind die ersten Lektionen wirklich hilfreich. Diese Gedanken bedeuten nichts. Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Das kürzt das Ganze enorm ab. Weil ich dann mein Reflektieren nicht mehr so ernst nehmen brauche beziehungsweise komplett daraus aussteigen kann. Ich bin für was ganz anderes hier. Ich bin ja nicht hier. Und das merkt man auch ganz schnell. Ich bin, ach so, ich bin gar nicht hier, der Körper. Oder ich bin gar nicht hier, damit ich sicherstelle, damit es dem gut geht und damit es dem gut geht und damit es dem gut geht, bis das hier stirbt. Das ist ja nicht meine Mission. Das ist ja nicht mein Zweck des Hierseins. Sondern der Zweck meines Hierseins ist, dass das hier dem höheren Dienst unterstellt wird, weil ich mir dadurch aufzeige, dass mein Leben nicht endet, dass Wahrheit wahr ist, dass nichts Wirkliches bedroht ist und nichts Unwirkliches existiert. Das ist ja ein höherer Zweck, der automatisch durchkommt. Wir haben den großen Vorteil, dass wir die Info schon haben. Wir können damit gehen. Für viele ist es dann erst mal nur so ein Durchschimmern von, ah, da ist noch irgendwas anderes. Irgendwie geht es, glaube ich, noch, wer weiß, wofür das gut ist. Soweit kann man dann denken. Aber wenn uns schon die Info gegeben ist, ich bin hier, um die Welt zu erlösen. Ich bin hier, um die Welt in mir zu erlösen, weil die Welt meine Gedanken repräsentiert und nichts weiter. Da ist nichts da draußen, da ist niemand da draußen. Ich bin kein Körper, ich bin frei, es ist ein Traum und so weiter. Das ist ja die Beschleunigung, das ist ja das Privileg, das diejenigen haben, die gewählt haben, auf den Ruf zu antworten, auf den Ruf zu umkehren, auf den Ruf zu erwachen. Es ist Zeit. Wir haben 2000 Jahre gezögert, weil wir die Gewissheit nicht hatten und weil einfach viel verdreht wurde und komisch war und es war auch alles sehr komisch. Aber was die eigentliche Botschaft war, ist die gleiche Botschaft wie jetzt. Es dreht sich ums Aufwachen. Und okay, wie kann ich darin hilfreich sein, wenn nichts bedroht ist, wenn ich merke, ich brauche meine Existenz gar nicht zu sichern oder ich brauche gar nichts aufrecht zu erhalten, weil ich tatsächlich schon sicher bin und ich sehe es sowohl in mir im gegenwärtigen Augenblick bestätigt, als auch meine physischen Bedürfnisse sind gedeckt und zwar sehr gut. Ich kann im Dienst sein. Was ist heute? Wohin soll ich heute gehen? Was soll ich heute tun? Was soll ich sagen, um zu leben? Was ist hilfreich? Und Gott sagt, wie war der Comic vor kurzem auf Facebook und auf WhatsApp? Gott, was soll ich machen? Lachen. Glücklich sein ist jetzt deine Funktion. Ach so. Na, hoffentlich fliege ich nicht aus dem Supermarkt. Wenn ich lache. Wenn ich lachen muss. Wenn ich lachen muss. In dem Abschnitt, das ist mir auch noch der Problem, das ich neulich erst intensiv gelesen habe, geht es ja unter anderem auch um seinen Willen und das bin ich getrennt von meinem Existenz. Und das ist, meine Gott, ich freue mich von so oft das, was du gerade eben gesagt hast. Genau, das ist sein Wille. Ich oder William sind sein Wille. Und in diesen ganzen Fragen ist es irgendwie, also ich merke einfach immer wieder, wie sich einfach in mir was spaltet. Entweder oder, entweder oder das oder das oder das. die ganze Zeit ihre Möglichkeiten und diese Spaltung in meinem Geist. Da ist nicht einer, der einen Willen hat, sondern ganz, ganz viele und ganz scheinbar so unterschiedliche Möglichkeiten. Und davon kann mich was bedrohen oder nicht und so weiter. Und das einfach, das ist mein geistiger Prozess, das ist mein Aufwachsprozess, dass das alles zusammenfällt. Dass das alles zu dem einen wird und zu einem Stimmen in meinem Geist und nichts verzerrt. Keine Unterschiede. Ich bin sein Wille. Ich will dem Bedeutungslosen keine Bedeutung geben. Und das ist echt das Abenteuer, weil guck mal, wie gut wir vorbereitet wurden auch. Es ist so schön, dass wir schon angefangen sind, auf den Weg zu gehen. Weil, wie heißt das in der Entwicklung des Vertrauens? Okay, du kommst wirklich zu dem Punkt oder die Lektionen weisen auch darauf hin, dass du dich auf diese Gedanken in jeder Situation, in jeder Notlage verlassen kannst. Also egal, was geschieht, okay, ich könnte stattdessen Frieden sehen, was auch immer gerade da ist. Will die Sühne für mich selbst akzeptieren. Vater, was ist dein Wille? Widerstreitende Wünsche können nicht mein Wille sein. Bla, bla, bla. Das ganze Ding von A bis Z. Da ist ja ein Arsenal von Lektionen, was wir einfach herbeiziehen können. Damit wir nicht irgendwie denken, okay, meine Funktion hier ist klein. meine Aufgabe ist nicht, die Welt zu retten, indem ich mich gegen Zwangsimpfungen sträube. Sondern meine Aufgabe, mein Privileg, unser Privileg ist, zu sagen, ey, mir ist vergeben, ich kann vergeben. Ich kann durch die Macht, die mir gegeben ist, durch den Heiligen Geist, durch Gott und die jedem von uns gegeben ist, einfach eine komplett neue Betrachtung dieses Momentes in Anspruch nehmen. Und sagen, hey, wer ist mein Bruder? Wer steht da mit mir? Und das kann sich so krass wandeln. Es ist wirklich unglaublich. Aus der größten Bedrohung wird dann wirklich ein Segen. Und das Coole, was ich finde, ist, die erste Reaktion in mir ist immer ein Ego-Gedanke und es korrigiert mich direkt. also, ich muss da gar nichts mehr machen, ich muss das gar nicht üben, sondern es passiert. Wie fällt der denn schon wieder aus? Das ist doch ein heiliger Bruder. Ja, stimmt ja. Das ist so, das geht es die ganze Zeit. irgendwie. Ja. Ja. Das ist ja die Szene, ne, auch, dass überall da, wo Schuld geparkt ist, in meinem Geist, der fährt blöd Auto, der will mich impfen, ich will das nicht. Und wenn das korrigiert wird, also das ist die Szene, die mich da machen. Hier auf Zoom sind gerade ein paar Beiträge. Ich muss mich dagegen nicht mehr wehren. Früher war dann so die Korrektur auch schon da und dann, ja, aber nee, und heute ist so die Reaktion, ach ja, cool, das ist ja gut. Hier ist ein schöner Kommentar von Michael aus Hamburg. Kann ich eine gute Entscheidung treffen, ohne alle meine Brüder an die Hand genommen zu haben? Auch die, die mich zwangsimpfen wollen, dann ist schon mal der Zwang weg. Also, wenn ich auf seine Stimme höre, dann ist es ja, ich höre auf die Stimme, die alles weiß, das heißt, ich nehme automatisch jeden an die Hand. Es ist automatisch für jeden gut. Und das kann ich von mir heraus ja gar nicht sagen. Ich habe ja keine Ahnung, was die Gesamtkonstellation ist und davon spricht er ja auch. Also er sagt, vielleicht fühlen wir uns zu Sachen inspiriert, die total, die nicht mal das Problem lösen, wie ich es wahrnehme. Sagen wir mal, es gibt eine... Also, dass wir Inspirationen für etwas bekommen, was das Problem, so wie wir es wahrnehmen, gar nicht löst. Also sagen wir, okay, Beispiel, wir werden eingeladen zur Zwangsimpfung und die Info ist, geh hin, gehst du hin und wird das Problem nicht lösen und der Arzt ist kurz davor anzusetzen und du kriegst die Inspiration, frag nach einem Lolli. Frag nach einem Lolli. Das würde mein Problem jetzt erstmal nicht lösen, aber wer weiß, wofür es steht, für was es in der Gesamtsituation steht oder was es für eine Situation herbeibringt. Denn sobald wir einen Moment miteinander verbringen, sobald wir einen Moment als Brüder zusammen verbringen, das heißt ohne Abwehrhaltung, wenn ich ohne Abwehrhaltung bin und der Arzt, wenn wir beide, wenn auf einmal der Moment da ist, und das kann man nicht planen, das kann man auch nicht vorhersehen, wenn der Moment da ist, dass wir beide Gnade erfahren, es ist nur ein Beispiel, es ist nur hypothetisch, dann ist es vollkommen egal, ob ich geimpft werde oder nicht. Weil ich merke, ich habe so ein großes Geschenk bekommen. Ich habe gerade einen Moment mit meinem Bruder verbracht und einen Moment, den wir zusammen verbringen, erstattet uns beiden das Universum wieder. Alles wird genutzt. Also es ist nicht zu unterschätzen, zu was wir aufgerufen sind. Ich glaube, diese Treffen, das, was wir miteinander tun, ist okay. Zum einen ist es das, ist es Geistestraining, aber da wir eh schon darin aktiv sind, ist es auch die Erinnerung daran, ey, glaub nicht, dass das kleine Auswirkungen hat. Glaub nicht, dass es eine kleine Sache ist, zu sagen, okay, ich schließe Corona und die Idee von Zwangsimpfungen und von Bill Gates in meinen Geisteswandel mit ein, in meine Vergebung mit ein. Das sind keine kleinen Sachen. Unser Geist ist über allemaßen mächtig. Wer weiß, was geschehen kann. Und es geht nicht um das weltliche Ergebnis natürlich, aber um das, was in unserem Geist auf einmal wieder möglich ist. Und wer weiß, so eine Konfliktsituation in der WhatsApp-Gruppe, was das für ein Erlösungspotenzial hat, das dehnt sich ja komplett aus rund um die Welt. Ich bin froh, dass Konflikte innerhalb von Kursbrüdern oder Kursfans auftreten, weil die die Werkzeuge haben, um den Konflikt wirklich aufzulösen. Ja, auf einmal ist jeder auf sich selbst zurückgeworfen und dann so, okay, ich glaube, jetzt muss ich langsam mal wieder zurück zu meinem Geistestraining und mir selbst vergeben. Und das kann Kreise ziehen, da haben wir gar keine Ahnung von. Dieses Treffen hier kann Kreise ziehen, da haben wir gar keine Ahnung von. Nicht, weil es irgendwie besonders ist, sondern weil wir uns in der gleichen Ausrichtung treffen und verbinden. Und es kann sein, dass die Welt in einem Augenblick tatsächlich vorbei ist. Dass wir die Zeitlinie gar nicht mehr haben, in der es überhaupt noch um Impfungen geht, sondern sich was komplett anderes zeigt. Eine andere, die wirkliche Welt. Weil ich bin ja nicht wirklich hier, um in einer in einer ewig gut seienden Welt zu leben. Denn die Welt ist ja der Traum. Also ist die Aufforderung und die Einladung, erkenne, wer mit dir hier ist. Danke für das Angebot. Danke für die Erinnerung. Weil wenn ich erkenne, der Christus ist mit mir hier und wir treffen uns als Ebenbürtige, dann geht es auf einmal nicht mehr um Zwangsimpfungen. Wenn ich es nicht beurteile, wieder eine Übung. Uns ist alles gegeben, so viel gegeben durch dieses Training, durch das Übungsbuch. Wenn ich die Welt nicht beurteile, wenn ich Zwangsimpfungen, Bill Gates, Corona nicht beurteile, dann wird, und meine, was weiß ich, ich kann ja alles beurteilen, ich beurteile ja auch alles. Aber wenn ich es sein lasse, dann wird die Welt zu einem Ort, wo der heilige Sohn Gottes für einen Augenblick ruhen kann, bevor er weiterreist. Dann ist das hier für einen Augenblick mein Zuhause. Und das ist gut. Und ich bin mir sicher, ich bin jetzt schon gespannt auf all die Geschichten, die jetzt gerade am Entstehen sind, wo wirklich unvorhersehbare Wendungen in den Situationen eintreten, wo man sagen würde, das geht doch eigentlich gar nicht, das ging doch gar nicht. Das war doch nicht, das war doch nicht von uns selber gemacht, was sich da für Lösungen aufgetan haben. Also wenn ihr, wenn ihr aktiv seid oder wenn ihr das mit reinnehmt oder diese, diese Idee mit reinnehmt, um, reinnehmt, um eure Situation zu reflektieren oder eure Sichtweise zu reflektieren und neu zu wählen, zu sagen, okay, ich wähle stattdessen Frieden, oder ich wähle stattdessen ein Wunder oder was auch immer ihr gerade für ein Programm habt im Geistestraining, das Angebot ist wirklich da drin gründlich zu sein und zu merken, es gibt, ich möchte eigentlich gar keine Ausnahme machen vor diesem Training, weil die Geschenke, die da drin liegen, möchte ich mir nicht entgehen lassen. Es wird nichts geben, es wird kein Problem geben, das nicht für dich ausgeräumt ist, wenn du dort ankommst. Der Heilige Geist geht vor dir, geht vor dir her. Also was ist jetzt noch das Problem? Vielleicht merke ich, okay, es ging mir gar nicht um Zwangsimpfung. Es war eigentlich vielleicht eher eine grundlegende Verwirrung darüber, was mein Sinn und Zweck hier ist. Vielleicht war Gott nicht in Kleinheit zu finden. Vielleicht war er wirklich nur dort zu finden, wo er mich kennt, wo er uns kennt. Also die Zeitlinie wird irrelevant. Weil mein Anliegen in Wirklichkeit ein ganz anderes ist. Mein Bedürfnis ist in Wirklichkeit ein ganz anderes und es ist ein gegenwärtiges Anliegen. Ja, der Christus hat ein gegenwärtiges Anliegen. Also du, ich, jeder hat ein gegenwärtiges Anliegen. Und es ist, lass mich einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Ja, dann gehen wir halt rein. Stefan hat gerade gesagt, wir mögen das Spiel und gehen immer wieder rein. Und das ist auch so. Wir haben dem ja einen Wert gegeben. Und dazu ist es ja auch da, es zu erforschen und reinzugehen und Aspekte davon auszuprobieren. Aber durch welchen Umstand auch immer, irgendwann kommt, irgendwann wird halt klar, dass nichts von dem, was ich spiele, mein eigentliches Bedürfnis überhaupt auch nur im Ansatz trifft oder sich dem überhaupt auch nur annähert. Mein eigentliches Bedürfnis ist ein anderes. Und die Info ist da, die Aufklärung ist da, die Erinnerung kommt ständig. Wer bin ich? Was bin ich? Ich bin Gottes Sohn. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ah ja, stimmt, ja. Ja, das, was wir sind, oder was uns wirklich betrifft oder was für uns natürlich ist, aus unserem Sein heraus, ist einfach Güte. Es ist einfach Güte wie... Ich wollte eigentlich gar nichts anderes außer lieben. Ohne zu wissen, was es ist. Ohne zu wissen, was Liebe wirklich ist. Aber wir können sagen, es ist eigentlich das Einstellen des Kampfes. Das Einstellen des Dagegen oder Dafür, sondern einfach, nee. Es gibt einen dritten Weg. Es gibt einen Weg, in dem die Welt nicht komplett ignoriert wird und weder komplett ignoriert wird, noch nur das Materielle zählt. Es gibt einen dritten Weg, in dem ich auch seine Stimme höre. Ich bin gut, auf so einen coolen Spruch, es gibt drei Meinungen. Deine Meinung wird sehr viel. Genau. Ich will zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Ja, und das... Wir schauen, wir fangen ja mit dem Thema Corona an. Und je mehr wir davon sozusagen abgreifen und reflektieren, wird das immer ein gegenwärtigeres Anliegen. Und das hat eigentlich mit Corona und so weiter gar nichts weiter zu tun, sondern es ist, wer bin ich hier? Wer bin ich jetzt? Also die Kreise werden immer enger, die zeitlichen Reflektionen. Es geht eigentlich, wem begegne ich gerade jetzt? Wie sehe ich dich gerade jetzt? Wie sehe ich mich gerade jetzt? Auf welche Art und Weise sehe ich dich? Mit welchen Augen sehe ich dich? Und was ist das Angebot? Es ist ja ein Ruf. Wenn es ein Ruf ist, heißt es, Gott ist es nicht egal, ob wir in Träumen der Zerstörung zu leben glauben oder ob wir zu ihm erwachen. Es gibt ein eindeutiges, dringendes Anliegen, dass wir zu ihm erwachen. Nicht, weil irgendwas bedroht ist, sondern weil es keinen Grund gibt, leiden zu müssen. Also das unbegrenzte Potenzial unseres Geistes oder das unbegrenzte Potenzial, die Welt jetzt zu erlösen in unserer Verbindung, in unserer Begegnung, in diesem Moment, im heiligen Augenblick, ist das, was lockt. Es lockt. Auch wenn es kurios ist, dass wir sagen, ja, also ich gucke mir das mal noch ein bisschen an. Dass wir sozusagen noch die Entscheidungshoheit behalten wollen. Sagen wir, okay, ja, ist schon gut, aber es muss jetzt auch nicht so schnell gehen. Ich ziehe um morgen. Nicht, dass das alles umsonst war. Das war gucken, was da auf mich wartet. Und das wird uns ja nicht genommen. Das ist ja das Schöne. Dass es nicht mal so ist, von wegen, naja, du kannst halt noch zurück und dann morgen umziehen und dann gucken, was da ist. Sondern die Erfahrung wird einfach nur für vollständig. Das wird einfach nur größer. Es wird nichts geopfert. Es wird überhaupt nichts zurückgelassen, als Idee, die unerfüllt bleibt. Die Ideen werden alle erfüllt, auch die zukünftigen. Aber schneller, als wir denken. Und das finde ich ist genial, dass wir so ein Werkzeug bekommen haben, dass wir so eine praktische, in uns anwendbare, auf alles in uns, in außen anwendbare Alternative bekommen haben. Das ist ja der, das ist das Schweizer Taschenmesser des Lebens, sozusagen. Für jede Situation kann ich das Ding rausholen. Ein universelles Werkzeug. Kostet nichts. Das ist ja der, das ist ja der, das ist nicht so sehr. Also, genau, genau, in Konstanz packe ich es aus, aber jetzt will ich erstmal nur zuhören. Also, wem begegne ich? Wer, wer ist mit mir hier? Wer geht mit mir? Wer ist wirklich da? Woran werde ich erinnert? Und das ist, die Tür ist offen. Das ist das Krasse, die Tür ist offen. Ja, ich weiß trotzdem. Und das leuchtet ja schon durch. Das wird, wenn ihr nicht bestraft oder sowas, oder irgendwie getadelt oder so, oder, ah, mir fällt immer nicht das richtige Wort ein. Uns wird nichts vorgehalten. Naja, jetzt bist du zurück, ich habe dir schon vorher gesagt, dass du zurückkommen kannst. Jetzt bist du halt da. Naja, habe ich doch recht gehabt, ne? Wolltest du doch zurückkommen. Das wird es nicht geben. Wir sind ja auch in der Idee von, beschämt, genau, wir werden nicht beschämt. Genau. Das, genau das ist es, ja. Also, es ist nicht beschämt, im Himmel zu erwachen. Es ist nicht beschämt, zu Gott zurückzukehren. Dankeschön. Das macht es für mich echt rund. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja, habe ich doch gesagt. Wer weiß, nachher steht Jesus wirklich da und sagt so, siehst du, habe ich doch gesagt. Ja, was, wenn es bedeutet, was wäre mit der Möglichkeit, froh zu sein, zu erkennen, dass ich nirgendwo hingehen kann? Ja. Ich konnte nirgendwo hingehen und jetzt merke ich, ich wollte eigentlich auch nirgendwo hingehen. Also, weder von diesem Raum in den nächsten, noch von hier nach Hawaii oder sonst irgendwo hin, oder? Na ja, Hawaii ist schon. Ja, Hawaii. Moment. Genau. Ich bin froh, dass ich nirgendwo hingehen kann. Wohin soll ich gehen, weil ich überall bin? Und überall jetzt ist. In alle Zeiten, das ist super, die Wissenschaft ist so klar da drin, dass alle, dass alle Zeit mit allen Möglichkeiten wirklich nur ein eingefrorener Moment ist. Dieser Moment, so was wie ein kristalliner Moment, der sich selbst herbeigeträumt hat. Also, das hier ist alle Zeit. Und aus irgendeinem Grund erfahren wir es so. Ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir können es irgendwie zeitlich argumentieren auf irgendeine Art und Weise und sagen, ja, das war so, weil das und das passiert ist und dann war das und das und jetzt haben wir einen Kurs und deswegen sind wir jetzt hier und deswegen bin ich Kursschüler, deswegen bin ich hier, um andere Gleichgesinnte zu treffen, bla, bla, bla. Aber es wäre trotzdem mein eigener Traum und meine eigene Erklärung von einer linearen Zeit, die nicht existiert. Aber, okay, das kann ich alles nutzen, um zu sagen, okay, jetzt bin ich aber hier, um was Neues zu hören. Ich bin ja nicht hier, weil die Schorle so gut schmeckt, sondern ich bin hier, weil in dem Treffen oder in dem Verbinden von Geistern, in der gegenwärtigen Präsenz des Heiligen Geistes, zu der ich Ja gesagt habe, zu der du Ja gesagt hast, eine neue Information, erfahrbare Information verfügbar ist, die nicht auf meinen vergangenen Erfahrungen beruht, sondern mir was Neues zeigt. Und vielleicht ist es tatsächlich die Leichtigkeit des Zuhause-Seins, weil Zeit wirklich nur dieser Moment ist, in dem Bilder ausgetauscht werden, die aussehen, aus denen ich annehme, dass es eine sequentielle, einen sequentiellen Verlauf von Ereignissen ist. Buch auf, Buch zu. Es waren alles nur Bilder. Es war nicht wirklich eine Sequenz, die tatsächlich da ist, sondern nur Bilder, die ich in meinem Geist hin- und herschiebe und sage, das ist meine Zeitlinie. Habe ich selber definiert. Gott hat es mir nicht gegeben, die Welt hat mir das auch nicht gegeben. Es findet alles, das geschlossene Buch, ist genauso hier wie das geöffnete Buch. Das heißt, wer bin ich, wer bin ich dann, der Bilder wählen kann? Reiner Geist, reiner Geist oder der Träumer, der sich Bilder zurechtlegt. der, der anfängt zu erkennen, wer mit ihm hier ist, wer der Bruder ist, dass dies der Moment ist, an den ich mich erinnere, an dem ich mich erinnert habe. Oh Gott, Hilfe. Das war das, wonach ich gesucht hatte. Das war das, vielleicht ist es auch einfach nur eine Bestätigung, dass das, was wir dachten, was noch vollbracht werden muss, irgendwie vom Kopf ins Herz zu kommen oder was auch immer oder irgendwie über den Horizont meines Verstandes hinausgehen zu können. Vielleicht ist, oder ich muss mir noch dies und das vergeben oder ich muss noch dies und das verstehen oder lesen, dass diese, dass das nicht notwendig ist, dass wir vorbereitet sind. Du bist vorbereitet, wir sind vorbereitet. Und, dass es nicht um das Ergebnis geht, das wir uns vorgestellt haben. Es geht nicht darum, was wir dachten, was noch kommt als Weg oder als spiritueller Weg oder spirituelle Entwicklung, sondern, dass das, worum es geht, dass unser Geist dafür bereit ist und dass es gegenwärtig ist. Okay, dann habe ich es nicht erkannt, dann erkenne ich nicht, worum es jetzt geht. Ja, richtig. Aber ich bin bereit, das heißt, ich kann es erkennen. Wir sind bereit. Ich kann jetzt meine, von meinen Ideen loslassen, die mir sagen, ich weiß, worum ich, ich habe eine Vorstellung davon, worum es geht. oder wohin das führen soll. Habe ich nicht. Und das ist, das ist der offene Geist. Er sagt, Gott, danke, dass du mir das zeigst. Ich habe absolut keine Ahnung. Danke, dass ich meines Verstandes und meines Verständnisses müde geworden bin und jetzt endlich loslasse. Das Schreien mir ist ja, ich habe eine Vorstellung, woraus ich hinführen soll. Ja. Aber wenn ich dann, also, wenn mir dann gezeigt wird, wo ich hingeführt wurde, dann ist es nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Ja. Aber diese Vorstellung hilft schon, also für mich, also die schenkt mir Bereitschaft und ganz und weiter, um den Weg weiterzugehen. Mhm. Genau. Aber die Ergebnisse sind beyond my own streams. Absolut nicht. Das ist nach der Welt. Ja, genau. Aber wir sind mir gelehrt als, ähm, äh, wir sind nicht für das, wir sind nicht für das, nee, schade. Das wäre jetzt ein schöner Satz geworden, habe ich nicht mehr drauf. Ja, warst du ein Glück? Hätte ich hier nie vergessen? Hätte ich hier nie vergessen? Ja, genau. Wir sind nicht aus dem Grund hier, den wir meinen. Ungefähr so. Aber er hat uns hergebracht, ne? Der Grund. Naja, ich bin mit einer Motivation hergekommen. Naja, gut, das ist schon schön, wenn wir uns mal wieder treffen oder zusammen Session machen und dann merke ich, ja, es geht um was ganz anderes. Je mehr wir unseren Geist öffnen oder, äh, durchlässig werden für den Heiligen Geist, umso mehr merke ich, ja, drauf konnte ich, das konnte ich mir nicht, das, deswegen bin ich nicht hergekommen. Eine gegenwärtige Erfahrung, die frei ist von der Vergangenheit, ähm, das hatte ich jetzt nicht geplant, weil die Erfahrung nicht planbar ist. Die Öffnung des Geistes ist ja nicht planbar. Oder das, was an neuen Erkenntnissen oder frischen, ähm, an der frischen Begegnung ohne Belegung durch die Vergangenheit da ist, das plant man ja nicht. Sondern es ist einfach nur eine, äh, gegenwärtige Bereitwilligkeit und, ähm, eine ehrlich, mehr Ehrlichkeit, die ich in mir anwenden kann. Ehrlichkeit sowohl für die Wahrheit, was die Wahrheit ist, als auch Ehrlichkeit da drin, oh, okay, ich hab mich gerade geirrt, ich bin im Urteil oder im Groll oder in der Abwehrhaltung und kann mich neu entscheiden. Und, ich hab mich gerade geü Captain